Ja, da bin ich wieder. Doch, leider. Nein, nee, was sag ich da? Tja, ich war kurz essen. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Äh, continue game. Mal gucken, wo wir waren. Jetzt bin ich ja voll gefressen und kann jetzt richtig loslegen, hier zu zocken. Ach ja, genau. Äh, Gottchen. The fuck? Okay, ich würde sagen, den da rauf. Ach so, ja. Sorry. Den würde ich nämlich... Ha, das geht sogar. Geil. Den wollte ich da hin, oder? Wo ist der eigentlich hin? Da oben. Ja, ja, es ist richtig, was ich mache. Okay. So. Hä, ich habe das Gefühl, als hätte ich das schon dreimal gespielt oder sowas. Das ist alles easy. Tralalalala. Lol. Oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Den schiebe ich erstmal da lang. Äh. Ah, fuck. Scheiße. Ich wollte eigentlich da drauf drücken. Äh, nochmal. Täusche ich mich, oder ist der Block hier leicht transparent? So. Ach so, ja, nochmal. Sonst wäre das ja ein bisschen dämlich. Bin ich den jetzt nämlich... Warte, warte, warte. Wie rum? Ich will mich nachher da bewegen. Also, so. Yay. Tore öffne dich. Yay. Ach du... Ah, das erschreckt mich immer wieder. Ah. Aber ich mag das... Ich mag das echt, das Spiel. Das Design ist Hammer. The fuck. Ah, Gott. Oh Gott, wie... Das ist verwirrend mit dem Kippen. Was muss ich denn machen? Komm, wieder ein Ball? Balli. Ich glaube, der muss ins Grüne. Oui. Los, Balli. Ja. Yay. Oh Gott, noch weiter nach... Ja, noch weiter nach unten. Okay, das war jetzt leicht. Ach, das ist sogar immer wieder der gleiche Ball. Irgendwie gibt sie keinen Nochmal-Knopf, weil dann... Okay, es gibt schon Nochmal-Knopf, aber dann... Na, egal. Ah, Gott. Wie muss ich das machen? So. Ich will den ja... Da hinkriegen. Also, ah. Äh, so. Genau. Das liegt ja da drauf und jetzt kann ich den da gemütlich hochfahren. Miep. Miep. Oh, wie viele Level denn noch? Äh, warte, wie... So? Keine Ahnung. Okay, das war schon mal falsch. Äh, so. Hoch. So, glaube ich. Wenn ich den jetzt noch ein paar Mal drehe... Dann... Oh, Mann. Äh. Boah, das verwirrt aber auch, diese Steuerung. So, aber jetzt noch mal drehen. Und dann müsste es klappen. Doink. Ja, komm. Sauber. Da, Fatsch. Äh, ich will das so rum. Gut, dann... Fahre ich den aus. Dann drehe ich den wieder andersrum. Fahre ich den ein und den aus. Und den ein wenig aus. So. Die Musik kommt mir irgendwie bekannt vor, ehrlich gesagt. Ist ja aus irgendeiner Werbung. So, den da hoch, oder? Yay. Oh, das hat grün geleuchtet. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, endlich wieder gerade laufen. Boah, das hat vielleicht genervt. Oh, ich will nochmal auf Play drücken. Hey, hey. Ball. Oh, es kommt keiner mehr. Ist ja traurig. Ui. Das muss jetzt sein. Ui. Yay. Das heißt, wir haben jetzt auch... Level 3. Das war erst Level 3. Ah, Level 3 von 9. Loading. Ah. Das verleitet mich gleich zum Fingerknacken. Falls man es gehört hat. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hört man die Knatsch in der Tastatur. Oh Gott, das geht schon wieder schräg runter. Ich mag es nicht. Oh, bitte nicht nochmal sowas. Wie? Darauf kann ich gehen, okay. Erst mal gucken. Ganz simpel gucken, was passiert denn, wenn ich das Knöpfchen drücke. Kommt wieder ein Ball. Ein grüner Ball. Ne, ein farbloser Ball. Okay. Ah. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, das erste Mal in dem Spiel, dass es geleckt hat. Okay, damit ich den Roten ins Rote kriege, dann mache ich... Ne, nicht so. Ich drücke als erstes Play. 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 Warte, bis er da drauf ist. Und fahre ihn dann hoch. So, dann geht er nämlich rüber, wird rot und fällt da rein. Okay, jetzt muss ich noch den Roten da hinkriegen. Ich habe aber da auch schon eine Idee. Wird er eigentlich doppelt gefärbt? Rot, wenn er jetzt durchs Blaue geht. Ah, dann wird er lila. Und ganz hindurch wird er dunkelrot. Lol. Hm. Da lernt man ja auch noch die schönen Farben des Lebens kennen. Ach. Ja, genau. Komm her, Ball. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Geil. Episch. Ich sage gern episch. Vor allem bin ich echt gespannt, wie die Qualität im Nachhinein dann auf YouTube sein wird. Und wie lange dieser scheiß Upload laufen wird. Schaffe ich das? Nö. Ist da noch irgendwas? Muss ich da oben gegenspringen? Dein Ernst? Yay. Okay, das hat jetzt echt viel von Portal. Also die Animationen sind schon ganz nice, ehrlich gesagt. Da, fuck. Boah, ey. Nicht dein Ernst. Ah. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Oh Gott. Kann ich hier auch was drehen? Das drehen sich nur die drei hier, ne? Ah. Das bringt überhaupt nichts, wenn ich die hier drehe, oder? Außer, dass das Spiel kurzzeitig laggt. Hä? Hä? Wo zur Hölle ist das? Ah, okay. Ich verstehe doch. Okay. Da hätte er da jetzt blau werden müssen. Das heißt, ich werde den hier jetzt so drehen, dabei. Fuck. Oh, boah. Boah, ist das ein scheiß Timing, ey. Fatsch. Okay, stimmt. Ich kann ihn da ja aufhalten. So, ich will als erstes den blauen hinkriegen. Ähm, ja. Drehen dabei wäre vielleicht noch ganz sinnvoll. So, das hätte ich schon mal. Hallo, ich wollte noch... Boah, ey. Das dreht mich auf. Ah, fuck. Fuck. Fuck noch nicht. Fuck noch nicht. Boah, das wird vielleicht eine Fizzle-Arbeit hier. Mann, warum treffe ich diesen blöden roten Knopf nie? Oh, hier wollte ich den gar nicht hin. Passt das? Nee, natürlich nicht. Aber ich habe gerade das Gefühl, ich glaube, das hier ist das leichteste von allen. Wie zur Hölle habe ich das jetzt wieder gemacht, bitte? What the... Ich bin ganz schön verwirrt gerade. Ah, nee. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hier machen. Nein, wollte ich auch nicht. Ich wollte den hier machen. Pass auf. Genau. Und jetzt kann der nämlich da durchs Rote durch. Yay, so wollte ich das. Sauber. Und hier ahne ich jetzt schon, was ich machen muss. Nee, andersrum, bitte. Fatsch. Das schaffe ich jetzt aber. Komm, 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 komm. Okay, aber ich habe das Prinzip raus, wie es sein muss. Ah, das Spiel nervt. Okay, das nervt nicht. Es ist witzig. Aber es ist auch kompliziert. Ja, geht doch. Bitte, rein da. Jetzt fängt es. Jetzt fängt es an zu längen ein wenig. Ja. Boah. Was eine Fizzle-Arbeit aber auch. Und es geht immer noch weiter. Wie viele Levels sind denn das noch? Ich halte es nicht aus. Ich probiere einfach jetzt. Warte. Muss ich da irgendwo noch oben gegen springen? Ja, da. Das muss eigentlich jetzt eigentlich relativ simpel sein. Da oben. Tja. Simpel liegt in der Maus des Betrachters, würde ich mal sagen. Fatsch. Mano, das gibt es doch nicht. Hoch da. Wo, 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 wo. Hallo? Do you, do you really want to verarsch me? Oder muss ich dabei noch springen? Alter. Ernsthaft. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Ha. Okay, das müsste jetzt zu schaffen sein. Geht doch. Ich würde schon sagen. Boah. Voll hier auf LSD. Ey, die Wände bewegen sich. Außer die hier. Okay, jetzt. Oh, Mann. Oh. Boah. Das hat mich eben schon so aufgeregt. Und diesmal schaffe ich das lockerer. Wo ist der Ball? Da. So drin, bitte. So. Eigentlich hätte der jetzt so durchs Pinke gehen sollen. Genau. Ich mach das am besten so. Denn... Ja, komm. Das wird jetzt noch. Ich wollte sagen... Okay. Orange hätte ich schon mal weg. Boah. Farbenmix, ey. Alter. Willst du mich verarschen? Boah, ey. Also echt mal. Okay, so mach ich das. Das müsste gehen. Fuck. Das sollte das eher aufhalten. Ach, zweimal natürlich. Ah. Play. Jetzt wird es aber. Gott, ist das ein Nervenspiel. Ich glaub, selbst ich persönlich könnte mir das eigene Let's Play... Fuck. Nee, komm. Tschüss. 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 Tschüss.